Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist unsere Maja von Raffini Kinder Events Wir machen heute Basteln zum Thema Halloween mit Recyclingartikeln Wir haben uns heute für Eierpappschachteln entschieden Und haben schon zwei Sachen gebastelt für euch Die Videos könnt ihr auch im YouTube sehen oder im Blog auf Raffini Kinder Events Homepage Und das ist der dritte Teil aus diesen Eierpappschachteln Machen wir heute Teufelshorne Dazu brauchen wir nur zwei von diesen Spitzen aus den Eierpappschachteln, die zusammen sind Und rote Farbe, Pinsel, und das ist ja alles Und dann brauchen wir noch, entschuldigen, einen Locher Du kannst jetzt die Robbe malen, sehr schön Und man kann das mit Hutgummi, heißt das, so einem Gummi, befestigen Und dann können das die Kinder tragen So, nicht so dick Farbe aufzutragen Sonst trocknet das sehr lange Zieh die Farbe hier, ja, durch Sehr gut So, jetzt machen wir mit dem Picker Zwei Löcher Einen habe ich schon vorgemacht Das sind die Löcher hier Und das ist Hutgummi Diesen Hutgummi machen wir Schlägst du gerade auf mich das Loch rein? Da kann ein Kind schön feinmotorig üben Ja, okay Und Mama macht einen So, Mama bindet Zwei Mal, damit es fest ist Okay Schieben wir das nach innen, dass man es sieht Jetzt müssen wir schauen, wie lang das für dich sein muss Moment So, dass es nicht zu fest ist Und das sind die Hora Guck mal mal hier So schnell kann man zu einem Teufel werden Noch passendes Kostüm Wow, bist du böse So, jetzt verabschieden wir uns Das ist die Spinne Die neue Freundin von Maya Unsere Halloween-Spine Die Bambi-Troffel Ja Die meine Katze Die Katze wartet schon auf die Spinne, ja Das ist ein Geist Auch ein neuer Freund von Maya Mit zwei Gesichtern Das ist ja ein Highlight In der Pause hat Maya noch zweites Gesicht Und der dreht sich Und was ist das, was du auf dem Kopf hast? Horner Das sind Teufelshorner Ich muss ja sagen Der dreht sich, muss ich ein bisschen so machen Das ist ja, der dreht sich ein bisschen laufe Oh, ist der, ja Verrückter Geist Ja Und die beste sind die Horner Das dreht sich so Und jetzt verabschieden wir uns, Maya Zack, 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 mensch, dadrausen Tschüss 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 Bis zum nächsten Video Tschüss 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 Tschüss